Ah, super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Äh, okay. So, jetzt nochmal bitte. Wo kam der Typ her? Er sollte mir doch jeden anzeigen. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist er. Okay. Aber warum kann ich den denn überhaupt in einer bestimmten Zeit holen? Okay. Der scheint dahinten. Hier vorne. Oh. Zusammenarbeit für eine sicherere und bessere Eingeglieder-Test-Erwachtung. Ähm. What the fuck? Lass mich rein, lass mich rein. Lass mich doch hier rein. Wuhu, scheiß, die warten da an, Alter. Was ist denn bitte ein Ladungspack? Also, äh. Ladungspack, genau. Das war ja immer noch das, was ich immer noch nicht verstehen werde. Habe ich irgendetwas vergessen, oder? Ich habe bestimmt irgendwo ein, ähm, Rezept vergessen. Okay. Kollege. Spinnere. Warte mal, hier ist auch eine Tür. Aufmerksamkeit, bitte. Kollege. Hallo. Hi. Ja, der, der setzt aber gerne. Hallo. Hi, du bist direkt über mir. Das Ding rastet ja völlig aus. Hallo. Ich mag dich nicht. Sind wir jetzt aggressiv, oder? Ich freue mich jetzt auf dir. Lass mich, lass mich doch rein, lass mich doch. Bist du des Wahnsinns eigentlich, also. Halleluja, du. Da schmeißt mich das Ding eiskalt raus. Sind die jetzt aggressiv, oder sind die jetzt ganz lieb? Ich würde ja mal sagen, dass die lieb sind, aber... Okay, 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 okay. Okay, das heißt, wenn dieser Sound kommt, dann haben sie uns gesehen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Alter, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich doch rein, bitte. Nein, ich bin hier nicht völlig am ausschlippen. Ich bin ganz, ganz ruhig. So. Das ist so, du Muggi. Ich geh jetzt. Einfach schnur, schlag es gerade aus. Schieb mir gerade den größten Film meines Lebens. Aber juck, keine Sau. So, wo muss ich lang? Also, ich muss... Am besten gehen wir jetzt hier über den Gang durch die große Kammer. Monitoring. Ich verwette eine Milliarde darauf, dass der Typ da jetzt steht. Eigentlich müsste hier einer sein. Da ist er auch. Okay. Die scheint sich zu entfernen. Die scheint wieder zu kommen. Oh, da kommt wieder, da kommt wieder, da kommt wieder. So. Erstmal warten. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole. Willens Hilfe. Bitte um Antwort. Hallo, ist da jemand? Okay, scheint weg zu sein. Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole. Ich will jetzt hier kein Risiko mehr eingehen. Heißt lieber vorsichtig. Okay, hier scheint aber einer zu sein. Heilige Scheiße. Versteck dich doch. Alter. 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 Fuck. Scheiße, hab ich mich ja so schruggen. Boah. Boah, nee. Alter, 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 Alter. Geht ja schön weg zu sein. Da bin ich wohl nicht so schnell wieder. Hat der was dabei? Ach, ein Schrott. So. Neuverkabelung. Okay. Was können wir hier neu verkabeln? Ey, du. Warte. Nein. Ich muss doch die Tür steuern. So. Komm mal rein. Okay, raus. Okay. Okay, hier dürfte eigentlich keiner mehr sein. So, jetzt müssen wir hier rein. So, jetzt wird er hier vorsichtig. Wir müssen da... Ach geil, wir können uns hier verstecken. Ah, ist ja mal geil. Okay, da kommen wir nicht wieder an. Ähm. Definitiv ist hier keiner. Nee, hier ist keiner. Okay, jetzt sind wir hier in der Mitte. Ich gehe lieber erst mal da rein. Abholen. Guck mal, vielleicht kann ich hier schon irgendwas wieder machen, dass ich irgendwelche Türen vielleicht... Hauptsache uns irgendwie hier absichern gerade. Nee, also das ist nur noch mal das Letzte, was wir hier hatten. Okay, hier liegt ein... Was ist das denn? Er guckt mal später rein. Erstmal speichern. Oh, Gott sei Dank. Uh, speichern. Ja, das habe ich jetzt gerade nötig. Okay, hier scheint keiner zu sein. So, dann hacken wir durch mal das Terminal. Drücken Sie passende Tasten bewegen. Drücken Sie sich... äh 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 ähm äh äh was sollen wir denn machen ah unten steht's äh enter äh warte 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 warte! ok ok... und jetzt warte warte warte! What, were they i like warte... Bewegen Sie markierte Ventile mit Tasten... וא�... nicht bewegente Tasten tut mir leid! Ey, du willst mich verarschen. Wie soll ich das denn machen? Ich verstehe das nicht. Bewegen Sie markierte Ventile. Mit Tasten bewegen. Ich habe hier 100.000 Tasten. Welche dieser gottverdammten ficken Tasten soll ich denn jetzt verdammt nochmal nehmen? Ich weiß nicht, welcher Tasten ich nehmen soll. Mann. Mit Leertaste. Ihr wollt mich doch verarschen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hast geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Sexton hat hier alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Sie haben uns gesehen, Samuels. Sie hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alienorganismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann Sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln. Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitkunde. Unbefugte Kommunikation. Ja, das kannst du dich mal lieb haben. Ich gehe in den nächstbesten Schrank. Und damit würde ich mal sagen, beenden wir hier diese ganz kleine Aufnahmesession nur diesmal. Und...